hallo leute und herzlich willkommen zu einem kleinen informationsvideo und zwar rede ich heute mal ein bisschen über splatoon 2 und zwar wird nämlich jetzt diesen samstag um 18 also am samstag von 18 bis 22 uhr ein splatfest stattfinden die demo dazu also das splatfest demo kann man sagen könnt ihr euch jetzt schon mal heruntergeladen für die switch und dann können wir spielen zusammen oder man spielt einfach mit anderen personen und kann vielleicht und ich zum beispiel habe die testfeier am anfang ja gar nicht gespielt weil ich ja erst die switch später bekommen habe und deswegen freue ich mich umso mehr aufs splatfest und werde dann die woche danach leider kein splatoon spielen weil es kommt dann raus aber natürlich fahre ich in der woche weg ja ein bisschen unpassend aber an dem tag wo splatoon 2 kommt fliegen wir weg wir fliegen ja also wird es nur zum splatfest folgen geben aber zum normalen splatoon spiel wird es erst später videos geben leider ich will sie jetzt schon spielen aber ja was soll's nur als kleine rand info und ja das war's auch schon so